Musik 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 Heute war es der letzte Zeit, der letzte Spiel war, in der wir uns aus den Dänemark-Team kamen, und ein Team aus Finnland kamen. Die waren sehr schnell, die hatten einen Zeitpunkt, weil sie sie schnell gehen müssen. Ich hatte meinen Dänemark-Team, der Dänemark-Team, Umer, Das war's, Herr, das ist mein Freund, Umar. Umar, Herr, die vor allem in London sind, haben wir hier nur für diesen Eventen gehört. Ich bin sehr froh, dass sie diesen Eventen erinnert haben. Ich möchte, Herr, von Ibrahim, dass er ein paar Kilometer erinnert hat. Alles klar. Peace be upon you. Team Sweden hat uns sehr gut gemacht und sie haben uns sehr gut gemacht und ihre Storz hat uns sehr gut gemacht. Thank you very much. Und die beiden Teams, die die Spieler haben eine gute Arbeit gemacht hat, ist für die Mann-of-the-Match. Team Sweden wird die Mann-of-the-Match innen und die Mann-of-the-Match innen. نہیں innen です, in düster Linie wonen Sie aber auch zur corporate Art diplomatisch gegen die Mann-of-the-Match. So alle von der Söhne der Mann-of-the-Match baue gehen. D voting das Team von der Mann-of-the-Match ist Für Hi guests. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.